Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbamer von der Firma Eschbamer Forst- und Gartentechnik und ihr kennt doch sicher die Problematik. Ihr habt einen Garten, die Fläche macht vielleicht der Mähroboter oder große Rasenmäher. Jetzt habt ihr zum Beispiel hier so ein Stelzenhaus oder da vorne ein Gewächshaus und da die Ränder müsst ihr auch mähen. Ihr habt jetzt einen normalen Trimmer mit einem 0815 Mähfaden und ihr habt das Problem, dass ihr das nicht gescheit abmäht. Also wir haben jetzt da die Lösung, wir haben so einen Hochleistungs-Profi-Mähfaden, den Tornadomähfaden von der Firma Ratiopatz. Der ist gedreht, dadurch ist er auch nicht so laut und der ist ein Spezialkunststoff, der sehr widerstandsfähig ist. Also er hält mehr aus, als wie ein normaler Mähfaden, den es im Baumarkt oder wo kriegt oder wo oft bei den Geräten serienmäßig dabei ist. Gibt es in verschiedenen Durchmesser, kann man dann entsprechend passend kaufen. Das zeige ich euch jetzt einmal im Einsatz das Ganze. Und zwar das ist jetzt mit einem Stiel-Kombigerät. Gibt es in verschiedenen Ausführungen oder als Akku auch oder als normale Sense mit einem Fadenkopf, wo man manuell nachstellt mit Getriebe. Wichtig ist, Gesichtsschutz am besten oder Schutzbrille. Also ich ziehe einen Gesichtsschutz vor, weil da habt ihr den Gehörschutz auch schon integriert und ihr könnt das hinten schön mit der Drehverstellung einstellen. Würde ich euch empfehlen, da teilt es euch leichter und das ganze Gesicht ist geschützt. Und die Dinger machen ja doch einen schönen Lärm, also ist es auch mit Gehörschutz besser. Das zeige ich jetzt einmal. Gerät anschmeißen, Sperrhebe drücken, Vollgas geben, auf Start gehen, Primer betätigen, so dreimal drücken, wenn er kalt ist, Schock zumachen und dann in der Regel so ein bis fünfmal ziehen, bis so einen kurzen Hustler macht das Gerät. Wichtig ist, den Schock dann rausnehmen. Der geht meistens gleich wieder aus, aber nicht, dass er absäuft und wenn er schon gelaufen ist, ohne Schock starten. Ich drehe den Schockう. Ich kreie diesen Schock- und ich mache den Schock- und gewisse Sie,님이 kreie den Schock- und schockstelle Hustler. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Müssen wir jetzt ein bisserl nachstellen Sollen wir einfach hier rausdrehen, nachstellen Sonst mäht er irgendwann nicht mehr gescheit. Sonst mäht er irgendwann nicht mehr gescheit. Ihr seht warum wir da Schutzschirm tragen sollen, da fliegen auch Sachen rum. Also man sieht ganz deutlich, der Faden, der haut auch das Zeug, das recht dick ist, wie hier, da richtig stingliches Gras super weg, weil das ist richtig lang, weil ich das nur sehr selten mähe. Und ihr kriegt auch die Platten wieder einigermaßen sauber. Wenn ihr natürlich mehr machen möchtet, ist natürlich eine Fugenbürste oder Unkrautbürste besser. Auch für so kleine Faden mit einem entsprechend guten Faden, so kleine Ecken kann man machen. Also ihr seht, der Faden, der haut richtig rein, ist natürlich vom Verschleiß dann, wenn ich sowas mache, natürlich schon höher. Aber ein normaler Faden, der würde sofort abreißen, da würde das überhaupt nicht gehen im Vergleich. Also mit dem Faden habt ihr einen riesen Vorteil, der ist wesentlich leistungsfähiger und besser. Und er ist trotzdem nicht so laut vom Geräusch her und die Sense, die zieht auch sehr gut durch. Weil durch das wellenförmige Profil ist er auch leiser im Vergleich zu herkömmlichen Mähfäden. Und er braucht weniger Motorleistung, also dadurch zieht er nochmal besser. Ja, wenn es euch gefallen hat, macht so gefällt mir. Liked mich, abonniert mich, würde mich sehr freuen. Danke für die Aufmerksamkeit.